Zufall Fahrwerk 23, ich geht nur noch, wir schaffen, wir schaffen Zieh durch Wir sind sicher 20 Sekunden bis zur Stihler-Bachen durch weitere Gefängeneinsatzteam V-Kauf-Kauf-Kauf-Kauf Latteszone gesichert, beginne Evakuierung Einsteig, einsteig, einsteig Evakuierung erfolgreich. Verlasse Einrichtung Alpha. Gut gemacht. Zurück zur Basis für eine Nachbesprechung. Die Runde ist jetzt zu Ende oder wie? Jaja. Wir können noch eine Runde spielen, aber eine endlose Runde. Das war jetzt. End. Dauert drei Stunden. Dauert. 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 Dauert.